Herzlich Willkommen hier im Wildstyle Shop wieder zu der nächsten Runde. Es gibt wieder was zu gewinnen und wer hat es gewonnen? Wir finden es jetzt heraus. Und heute habe ich prominente Unterstützung. Und wir wollen ja natürlich das Gedicht entsprechend vortragen und deswegen wollen wir etwas Stimmung bringen. Gute Stimmung und jetzt zur Auswahl. Playboy51, gib dein Bestes. Das nicht, das auch nicht, das auch nicht, das auch nicht. Das musst du mir vorlesen. Wir haben eine entsprechende Wahl getroffen. So läuft das immer bei uns. Und jetzt zum Gedicht. Wapp, wie lieber Juta Weihnachtsmann. Isst mir doch Latte, jeb nicht so an. Wenn es darum geht, wer reimt am schürfsten, weist jeder gleich, wir kommen und stürzen. Auch den größten Meister, sei es in der Cypher oder sonst wo vom Thron. Berliner Kindel an der Wand und auch wenn es drauf ankommt, an jedem Mikrofon. Solhamdulillah. Aber darum ging es ja nicht, sondern um die sechs Flames und darum wer sie gewinnt. Also versuche ich es nochmal, denn das weiß jedes Moabiter Kind. 21 übrigens. Jetzt um die Reibereien mit Reimereien ist dieser Jiggy Boy allzeit stets bereit. Und präsentiert sich gern auch mit Flows und diesen Quäntchen an geübten Styles. Außerdem will ich doch auch mal endlich was gewinnen hier, das meint ich auch schon mal. Ich wiederhole mich, wenn und das Team, ihr habt nun mal die Qual der Wahl. Die haben wir wirklich. Ich brauch doch auch die Farben, glaub mir, echt noch, noch und nöcher. So wie einst Robin Hood und seine Mannen die Pfeilen in seinen Köcher. Denn ob in den Hood, aufs Stahl oder in der Hall am Harlemweg, ich schwöre auf alles. Wenn ich gewinnen sollte, echt mal, ist mir egal, ich mache einen Harlem Shake im Falle des Falles. Übrigens möchten wir das sehen, mein Freund. Ein Video solltest du davon schicken. Zurück zu deinem Gedicht. Grüß ich Reen raus an alle Mähne, Schwestern, Brüdern, Atzen, Katzen in ganz Berlin. Dürfte doch nicht zu spät sein wie gestern, jetzt früher oder muss ich das wachsen? Damit sie es mit heute nehmen. Homie, wir haben dich genommen. Und du hast gewonnen, lieber Freund, Joscha Knobelich. Ich hoffe, das hat geklappt. Und übrigens mal zurück zu den Gewinner gestern. Ja, Shiva. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, stimmt's? Egal. Zurück zu dir. Joscha Knobelich, du hast gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, wir gratulieren dir. Wir freuen uns übrigens. Herzlichen Glückwunsch. Alles, alles Gute. Ja, mit deinem Geschenk. Yes. Und weil wir heute prominenten Gast haben. Übrigens könnt ihr ein T-Shirt gewinnen von Straight Outer Berlin. Ne, 51. Ja, wisst ihr Bescheid. Wenn ihr jetzt in diesem Kommentar zu diesem Video hier kurz mal was Nettes über Playbook 51 schreibt. Eine. Du suchst aus. Yes. Und morgen verlosen wir's. Alles Gute. Das war's von uns aus dem Wildstyle Shop. Berlin. Aight. 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 Bis zum nächsten Mal.